Stecken gebliebene Traktoren gehören zu den Fahrzeugen, die am schwierigsten zu bergen sind. Denn wenn sie mal stecken geblieben sind, dann richtig. Oft mitten auf einem schlammigen Feld und tief eingegraben. Und oft müssen mehrere andere Traktoren eingesetzt werden, den einen stecken gebliebenen rauszuziehen. Dabei besteht die Gefahr, dass die Retter ebenfalls einsinken. Sie können den ganzen Stress umgehen, indem sie sich ein Trautheon-System an ihren Traktor bauen. Damit ist Stecken bleiben bedeutend seltener ein Ärgernis.